Für uns reden gibt es auch keiner, der für uns auch als Muslime hier in Deutschland redet, gibt es keinen, gibt es keinen. Sogar die haben uns gespaltet, die haben uns gespaltet und haben geschafft. Und jede Gruppe hat einen Namen. Salafisten, Ikhwanisten, Hezbisisten, Sofisisten, Tableristen. Subhanallah. Wir sind alle Muslime. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, damit nicht jemand mich falsch versteht. Aber ich meine nur, damit du in einem Platz wie ein Fremd bleibst. Und andere Muslime, die gucken dich richtig böse. Ah, dieser radikale Salafist. Und auch, wer hat uns diesen Namen gegeben? Wir sind Muslime. Und ich hoffe, dass ich ein Salafi bin. Wallah, ich hoffe, dass ich ein Salafist bin. Wisst ihr warum? Weil die richtigen Salafisten sind Sahaba. Sie sind Tabi'in und Tabi'in, Tabi'in. Die Salafisten, die richtigen Salafisten, sind richtig hoch. Die können nicht mit euch hierbleiben und auch nicht leben. Aber wir haben nur diesen Namen. Und spielt keine Rolle. Könnt ihr uns, egal welchen Namen geben. Aber ich sage euch, dass wir Muslime sind. Und wir bleiben Muslime. Und wir wünschen, dass wir auch als Muslime sterben. Und wir wünschen auch, dass wir vor Allah als Muslime stehen. Und wenn wir so sind, Islam gelebt, so gestorben, so bist du auch aufgestanden und so wirst du auch vor Allah stehen, als Muslim, dann jeder wird seine Belohnung ins Paradies bekommen. Und danach, du wirst ganz schnell diese Dinge vergessen.